Das reichte für die Bayern, in unserer Halle soll kein anderer feiern. Aber das brauchen einen Dreier, Taylor. Servus und grüß euch, wir sind heute im Freistoß, gleich neben dem Audiodom. Warum? Weil wir halt wir sind und wenn ich mir sage, dann meine ich heute mich und den Nihat Cedovic. Servus. Servus. Außerdem in der Sendung gibt es heute Nihat. Reggie Redding kocht für uns eine Spezialität aus seiner Heimat. Wir waren mit Karim Jalloh und Marvino Gunzippe beim Inklusions-Turnier. Es gibt ein weiteres Klassiker von Brys in Bayern und unser allseits beliebter Montags-Malmer. Jawohl, perfekt. Und außerdem, das war es dann hier noch nicht, gibt es einen Bayern-Test. Deswegen war auch mein eindrucksvolles Intro auf Bayerisch. Und anfangen tun wir wie immer mit den Highlights aus Ulm. Viel Spaß. Das Spitzenspiel in der Easy Credit BWL. Thorsten Leibenatz ungeschlagen. Ulmer gegen den Tabellendritten gegen den FC Bayern, der mit elf Siegen in Folge im Gepäck kam. Und es sollte eine Partie mit mächtig viel Feuer werden im Mittelpunkt. Thorsten Leibenatz dazu später mehr. Erstmal der Start der Partie. Die Bayern, die starteten richtig gut rein, weil die Ulmer Offensivmaschinerie am Anfang mächtig stotterte. Devin Booker von Beginn an gut drin in der Partie. Das Duell gegen Raymar Morgan ging erst einmal an den Center der Bayern. Die zogen auf 10 zu 2 und 12 zu 4 davon. Dann aber dieser Dreier von Carsten Tadda als Wendepunkt für die Ulmer. Die kamen nämlich zurück und klichen die Partie kurz vor Ende des ersten Viertels aus. Mit 12 zu 12 ging es in die erste kurze Pause. Und Sascha Djordjevic da mit einer flammenden Rede. Er war nicht zufrieden mit dem, was seine Mannschaft zeigte. Ulm jetzt gut drin, Taylor Braun mit Foul mit 3-Punkt-Spiel. Aber ein Spitzenspiel auf Augenhöhe. Zwar nicht viele Punkte, aber viele tolle Aktionen wie hier erneut von Devin Booker. Der machte ein richtig gutes Spiel, sollte am Ende auf 15 Zähler kommen. Raymar Morgan hatte lange Anlaufprobleme. Dann dieser Dreier zur 6-Punkte-Führung für Ulm. Der Tabellenführer wurde immer stärker. Kurz vor der Pause, wie so oft. Der Kapitän der Bayern, Bryce Taylor, er behüllt Kühlenkopf in dieser engen Situation. Nija Cedovic und Mike Silvis bis zur Pause noch nicht eingesetzt bei den Bayern. Auch das war ein Thema. Dann das dritte Viertel. Weiter ein enges Spiel. Augustin Rubitz drehte jetzt auf für die Ulmer. Er sollte am Ende des Tages mit 23 Punkten Topscorer werden. Er traf aus allen Lagen. Und Ulm hatte zu diesem Zeitpunkt Sympathie gut im Griff. Tim Ulbrechts gefiel, was er da sah. Der Mann, der sich im Hinspiel verletzt hatte. Dann wieder so ein Dreier von Bryce Taylor. Der spielte eigentlich unauffällig. Kam am Ende auf 19 Punkte. Und die Bayern dann mit dieser Aktion. Foul gegen Taylor Braun gegeben. Es gab ein technisches Hinterher. Dann zwei technische Fouls gegen Thorsten Leibenhardt. Der musste die Halle verlassen. Daraufhin gab es fünf Freiwürfe am Stück für die Bayern. Zwei wegen des Fouls. Drei wegen der drei technischen Fouls. Und die Bayern machten insgesamt sieben Punkte am Stück, nachdem Ulm zuvor noch mit einem Punkt geführt hatte. Also ein echter Turning Point in dieser Partie. Die Bayern gingen also mit einer Führung ins letzte Viertel. Und da drückte Marco Pesic, der Geschäftsführer des FC Bayern, seiner Mannschaft die Daumen. Und die Bayern, die nutzten die Konfusion. Ulm jetzt ohne Thorsten Leibenhardt. Die Bayern eiskalt. Sie trafen ihre Würfe allen voran. Bryce Taylor und Drew Joyce, der nicht viel Spielzeit sah. Hinten raus aber ganz, ganz wichtige Aktionen hatte. Da zeigte sich auch die Tiefe des Bayern-Kaders. Und dann auch noch Punkte für Mike Zirbes. Der musste lange warten, kam dann noch in die Partie. Am Ende deutlicher Sieg für die Bayern. Und ein kritischer Pergut. Ja, ich glaube, wir haben uns ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben eigentlich eine ganz gute Partie gespielt. Ich glaube, es haben leider beide Male nicht gut angefangen. In den ersten drei, vier Minuten wenig gute Würfe uns rausgespielt. Und dann das gleiche in der Anfang zweiter Halbzeit nochmal. Ja, und dann ist so ein bisschen was Dünes passiert. Und davon haben die Spieler die falsche Reaktion gezeigt. Ja, das war sicherlich die entscheidende Szene. Wir haben dann zum Glück die ganzen Freiwürfe nach den technischen Fouls getroffen. Danach haben wir unser Spiel durchgezogen und haben vollen Vorteil daraus gezogen. Also Knackpunkt dieser Partie, die Herausstellung von Thorsten Leibnert. Er muss die Schuld dieser Niederlage wohl auf seine Schulter nehmen. Für Ulm die allererste Niederlage in dieser BBL-Saison. Die Bayern mit einem echten Statement und dem zwölften Sieg in Serie. Warte, warte, was fragst du mich oder was? Äh, nein. Frag ich nicht. Du machst es spontan, passt schon. So. Also. Also. Hast du Angst? Es ist vollbracht. Endlich wurden die Ulmer auch in der Liga bezwungen vom FC Bayern. Yes. Gut gemacht. Und Nihat, da freuen wir uns. Wir? Ochkatzl und sein Ochkatzlschwaff. Ja. Nämlich. Und damit wir gestärkt sind gegen Bonn und Vechta. Essen wir eine Weißwurst mit? Ah, süßen Senf, scharfen Senf, Mayo. Scharfen Senf. Mayo. Süßen Senf. Was ist das? Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Süßen Senf. Perfekt. Ja. Wir wissen schon, warum wir uns den besten Bayern ausgesucht haben hier für den Bayern-Test. Die Woche geht weiter mit zwei Spielen, nämlich gegen Bonn und gegen Vechter. Was kannst du uns denn zu diesen beiden Gegnern sagen? Wie die Saison jetzt entlang geht. Bis zum Ende haben wir nur schwere Spiele und Bonn und Vechter sind auch sehr gute Mannschaften. Ich erwarte, dass wir uns gut spielen, dass wir uns gut vorbereiten. Für uns jedes Spiel ist es wichtig. Jetzt kommt die entscheidende Phase. Ich erwarte, dass wir erst mal gesund bleiben und dann zweitens, dass wir gut spielen und die Siege reinholen. Muss ich jetzt raten? Nein, raten musst du nicht. Du musst mitsingen, wenn es nachher geht. Also warte noch, ich halte dann das Mikrofon hin. Also während wir uns hier vorbereiten auf den nächsten Spieltag, möchte ich euch sagen, dass es ein besonderes Schmankerl gibt am Gründonnerstag. Seiler und Speer, meine Landsleute, kommen nämlich in den Audiodom. Und Danihat hat schon ihr Lied studiert und wir werden uns jetzt kurz eine Kostprobe geben. Sollen wir es laut machen? Das geht nicht. Das geht nicht. Was war Rappadou für mich? Ich komme in den Inden. Was geht es dann? Okay, das kenne ich. Und sie ist so... Wie Chinesisch. Ganz genau. Österreichisch ist halt manchmal wie Chinesisch. Das muss man auch dazu sagen. Das war perfekt. Wir haben alle gewusst, was du gemeint hast. Aber nur, damit wir uns auch ganz sicher sind, gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf das, was am Gründonnerstag kommt. Und die waren schon mal her, ja? Aber nun, oder. Oh, ich bin ja da. Du auch, ich bin ja da. Und sie, sing weil du so aufkommst Und sie, sing und so aufkommen, David Hראck, sing und dann leer doch jeder. Reggie Redding, würden die Bayern als Zur-Kreasten bezeichnen? Was ist ein Zur-Kreaster, weißt du das? Das sind Leute, die nach Bayern eingereist sind. Ich bin ein Zur-Kreaster, du bist ein Zur-Kreaster. Reggie Redding ist ein Zur-Kreaster. Und was hältst du so von Reggie Redding? Ich bin nur das Beste. Das erste Jahr, das ich mit Reggie spiele. Ich bin ein guter Teamkollege, ein guter Freund, nur das Beste. Glaubst du, dass er kochen kann? Nein, glaube ich nicht. Wir hoffen, dass er schon kann. Wir waren nämlich mit ihm beim Kochen und haben uns zum Mittagessen von Reggie Redding bekochen lassen. Schaut mal, wie das war. Wir sind heute mit Reggie Redding im Burgerhaus. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Your hometown is what? Philadelphia. Representing. Was ist das Essen? Was kannst du nur in Philadelphia kaufen? The Philly Cheese Steak. Wir haben einige Städte, die uns ausprobieren. Aber wir machen es das beste. Weil das ist, wo es ausgerichtet ist. Haben Sie es selbst gemacht? Ich glaube, ich probiere es einmal. Aber es war nicht das gleiche. Aber ich bin froh, heute probiere ich es. Ich bin froh, heute. Die Grund, warum wir hierherkommen sind, ist das wahr? Ja, das ist wahr. Ich bin weg von meinem Familie und meinem Freund für Pretty Much der ganze Jahr. Und ich bin wirklich family orientiert. Es ist es zu oft, wenn ich hierher bin, aber es ist okay. Philadelphia is the city of brotherly love, so that pretty much is it all. Fourth Street, what is that place? Tell us about it. Fourth Street is where I grew up at. It's in North Philly. My great-grandmom had a house there, and she actually had 16 kids, so we have a big family. And just from back then, they always lived there, and each generation was kind of brought up there. I lived there for a few years, and there was just always a bunch of people there, a lot of my cousins, and that's pretty much where we all grew up at together. So when I think about home, I definitely think about Fourth Street, and it means a lot. Basketball started when I was really, really young. My dad introduced it to me. He loved the game since the beginning. That brought us close because we used to travel to games a lot, and it was something that we could connect with. And I think I've been playing since I was about eight years old. It's all I ever knew. It's the only job I ever had, and it kept me out of a lot of trouble, too. Me and Maxie, Maxie love burgers. I think he can eat them every day. So we always try different burger places in the city. What is basketball for you now when you think about it? Oh, I love it, and I'm still having fun playing. And fortunately, I'm able to get paid to do it now, so that's even better. Growing up after year-to-year, I started loving it more and more, and then I started getting better and getting some recognition. And then I found out I can get a scholarship to go play at D1 College. And that was like a dream of my dad, to see me go to college and graduate and be able to play at that level. And it was cool to see him happy. And my whole family, they supported me, like, my whole life. And we have a thing called the Redding Game. The people in Philly know any time. I got some cousins that play, too. We have a game. Pretty much my whole family is there. And it's just great. It's just something you don't see often, and I'm blessed to have it. And my grandmom, she texts me. She texts me before every game, and it's cool. But I know if they could be here, they will be here. So they're here in spirit, I guess. Playoffs are just around the corner. What are you expecting for these playoffs for your team? I wish the playoffs hurry up, honestly. I'm ready to get it started. I think we got a good chance to make a nice run at the championship. We have a good team, and I think by the time the playoffs come, and when it's really something on the line, that we will come out ready to play, and hopefully we can bring back a championship to Munich. Sorry, I don't know where to try to start it. I think I did a good job. It's not quite the real filling thing, but it's not bad. But this may be the best one I had in Europe. I tried a couple different places, and it wasn't so that good. But this may be the best one I had in Europe, for sure. As next as we have a very simple question for you, Nihat. Vervollständige bitte folgenden Satz. Eins, zwei... Drei. Man merkt einfach, dass Nihat Cedowicz keinen Alkohol trinkt und noch nie beim Oktoberfest war. Am Oktoberfest heißt es nämlich... Eins, zwei... Xuffa! Danke! Xuffa! Das kenn ich nicht. Das kenn ich nicht. Ist okay. Ich glaube, wir gehen mal mit dir zum Oktoberfest einfach, oder? Da musst du mich mitnehmen. Ja. Dafür waren wir mit Marvin Ogunzipe und Karim Jallob an einer ganz besonderen Veranstaltung, nämlich bei einem Inklusionsturnier. Und die Bilder davon wollen wir euch nicht voreinhalten. Hallo! Willkommen bei 조�ñuelyn! Ist das ein Offen? Ja, ich bin nur noch so aufgenommen, dass die Fähigkeiten mit dem Lernen Wenn nicht white ist, die Fähigkeiten haben, Ja, das wäre es für das. Das war's für heute. Ich bin ganz bespannt, wie ihr spielt. Das war ja schon fast eine Werbung, oder? Das war einfach ein kleiner Vorgeschmack und mehr zum Thema Inklusion gibt es dann am 22. April im Audidon beim Spiel gegen Oldenburg. Und wir machen flott und munter weiter mit unserem Bayern-Test. Bist du bereit für die nächsten Fragen? Also, was ist das offizielle bayerische Wappentier? Adler, Wolperdinger oder Löwe? Löwe. Perfekt. Wie viel Liter fast ein Maß Bier? Ein Liter. Naja. Wichtige Frage, woran erkennt man am Oktoberfest, dass eine Frau noch Single ist? Entweder hat sie einen besonders tiefen Ausschnitt, oder sie trägt hochhackige Schuhe und roten Lippenstift, oder die Schleife der Dirndlschürze ist links gebunden. Die Schleife ist links gebunden. Sehr gut, ja. Und als letztes, liest bitte folgenden bayerischen Begriff vor und übersetze auf Deutsch. Metzgermeister. Metzger ist da. Metzgermeister? Ohne dass du hinschaust, dann weiß man es wahrscheinlich eher. Metzgermeister, was könnte es heißen? Der Metzger ist da. Metzgermeister heißt es. Den brauchen wir nämlich für unseren nächsten Bericht. Wir waren mit Bryce schon mal in Bayern unterwegs, das weißt du vielleicht, und waren schon mal mit ihm beim Weißwurst-Essen. Und den Klassiker, den dürft ihr euch jetzt anschauen. Metzgermeister. 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 Hey, there you is. How are you doing? Good. I'm hungry, right? I'm hungry, right? Oh, you're hungry, okay. I taught you the Bavarian words. I showed you the traditional clothing, so now we're gonna have some Bavarian food. Let's go in. Let's go. What do you want to eat? Do you know anything? What do you like? Do you know Bavarian food? A little bit. I like rad kartoffeln. Rad kartoffeln? Very good. Weißwurst. Weißwurst, yeah. Well, I never had that, so. Ah, so maybe we should try that. It's time to try Weißwurst. Original Bavarian Weißwurst. Okay, so we say, don't say chips with a roast. 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 Okay, I'm gonna show you. You don't need a knife or anything. You just need your hand. Because you have to tzutzl it. That's the word. Tzutzl. Can you say tzutzl? Tzutzl. Tzutzl. And it looks like this. You don't bite it. That's good, right? Yeah. Perfect. I'm good. I'm good. Enjoy. I'm a chicken guy. All types of chicken. I love chicken wings. If you ask anyone that knows me, and you ask them what does Bryce like to eat, they'll tell you chicken wings. Okay. Like I have a passion for chicken wings. Oh, what's that? But don't eat too much. If you still wanna kiss your girl. Okay. They'll eat too much. A food cup? Yeah. Now it's like you're thirsty. Now it's right. Now it's right, okay. Done, man. Good to see you later. 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 Also, du hast es ja schon gesagt, wir gehen jetzt schön langsam in die heiße Phase. Merkst du das selber in der Mannschaft auch? Live. Nein, live nicht. Aber merkst du in der Mannschaft auch schon, dass du ein bisschen kribbeln jetzt langsam in Richtung Playoffs? Nein, das glaube ich nicht, dass noch so viele Spiele bis zum Ende sind. Wir sind in einem guten Moment und wir spielen gut und wir wollen so weitermachen. Danach werden wir uns für die Playoffs vorbereiten. Es gibt noch Zeit. Für uns stehen die Playoffs quasi schon vor der Tür. Wir freuen uns schon sehr, hoffentlich werden wir da auch erfolgreich einziehen. Und bis dahin gibt es noch etwas Lustiges von uns, nämlich die Montagsmalma in der Edition 2. Dieses Mal mit Maxi Kleber, oder? War Danilo der Erste? Ja. Mike war der Erste. Dann ist Danilo der Zweite. Ja, genau. Der andere Große. Danilo Bartl. Sein Bruder. Das ist so. Direkt. Ja. 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 Hey, hey. Mein Hund ist zu klein. Auf. Er hat gerade richtig geknackt. Ich habe übrigens nur gelogen, aber ich stelle mir vor, es... Er hat richtig geknackt gerade. Alter, du hast das richtige, wie so ein Wolf sieht das aus. Knoma, ein bisschen. Sieh er gar nicht, ne? Knoma, nur ein Dardofo. Ja, sieh er. Knoma. Garantiert trickelnde Momente. Garantiert trickelnde Momente. Bestell dir ein Brezel und ein Bier bitte. Bestell dir ein Brezel und ein Bier bitte. Bist du beim nächsten Spiel dabei? Bist du beim nächsten Spiel dabei? Oh Gott. So lustig war ich das nicht, Alter. Ich kann das richtig. Ich kann das richtig. Wir haben das sechste. Wir haben das sechste. Wir haben das sechste. Wir. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Ihr Haar ist zu fest. Ihr Haar ist rosa. Ihr Haar ist rosa. Ihr Haar ist rosa. Ihr Haar ist rosa. Nein. So Maxi, viel Spaß. Es gibt keinen Begriff mehr, oder? Klar. Ja. Damit hätten wir es für diese Woche auch schon wieder geschafft, Nihat. Du hast den Bayern-Test mit Bravour bestanden. Ich werde dir das nächste Mal eine Bayern-Urkunde mitnehmen. Schön weiter üben. Vielleicht kommt da mal ein Follow-up zwischendurch. Am Donnerstag kommt Seiler und Speer und die singen. Kannst du noch mal an singen? Österreichisch. Genau. Österreichisch. Und unbedingt vorbeischauen. Tickets haben den selben Preis übrigens. Ja. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du dabei warst. Servus. 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 Minimovie, Ena. Aber den klatschen wir einfach hin. Ja, ich würde den auch drauf klatschen, oder? Ja, Mini-Moving. 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 Ja, Mini-Moving.